ein schaden wenn nämlich aufheben ich glaube zerstört ein angerufen könnte ich aufheben nicht retten wie du wirst angerufen die aufgabe ist die passport wo immer wir den haben vielleicht sollten wir bei den pfeilen auf der karte folgen ebenen wechsel nicht hier den alarm aus ich habe echt gerne man kann die lache von hinten angaben dann hat er mich schon wieder bei mir ist der weitergegeführte weg ach so ok dann muss ich zu euch kommen ich lenk sie alle ab mich hat es wieder erwischt bevor ich das medikit habe ohne nahkampf angegriffen ist das irgendwie sehr komisch ja du lebst ihn wieder ja einfach darüber gehen zur treppe wo ist denn das ding was wir suchen müssen die tür ist zu nein 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 komm mal her hier ist treppe so folgen wir einfach mal den coins vielleicht wo sind wir jetzt wir warten auf der treppe auf marf weg ist weg ja komm wieder oh gott man stöhnt schon kann man durch die fenster reingucken hier ich sehe ne ja marf piekelt da gerade im garten ich bin hier auf der treppe wo bleibt ihr guck mal die laser geht immer mal aus die hören das sogar wenn ich hier was kaputt mache maru ich stecke hier auf den treppenabsatz das sieht er nicht aber unser mole hat sich verlaufen obwohl er sich für die wände graben kann was klingelt denn hier immer für ein telefon das ist ein wacht der man sich ablenken soll die wacht wenn du weiter kommst komm doch mal rüber hier wo seid ihr denn da hinten ja der ist die treppe er kann doch da durch den wald sich graben komm her marf habt ihr jetzt den passwort schon geht zur zweite ebene hier komm du bist schon drin marf mach die wand nicht kaputt gehen da drüben rumlaufen du kannst dich alle bitte durch du kannst dich durch die treppe durchbruchten ja gut soll jetzt schleichen leute wie schleicht man nochmal ich hecke ich hecke auch mal hier wie lange hält so ein hecke so ein hecke ja zwei jahre so oh gott was war denn das jetzt ich dachte ich könnte ihn von hinten niederschlagen sieht genau vor dir oder ja ich lock ihn weg muss ich gar nicht ups hi aaa aber er sucht mich jetzt aber findet mich nicht weil ich richtig gut da in dem ding drin sitze der ist von hartnäckig man aaa eingesperrt das ist unser mole der macht das wofür er bezahlt wird der macht das wofür er bezahlt wird sehr gut aaa hat die tür zu fest verschlossen sprechen die französisch hier hier geht es zum nächsten floor die monaco sprechen französisch ja noch coins ich brauche aber hp kann ich kurz die bombe auslösen ah wenn ich lieber da oben find the truth so da dumm da dumm da dumm wir können uns ja auch durch die wand buddeln leute ne wir müssen nicht immer den direkten weg wählen wir haben aber noch keine wache gesehen der picket an die wand da oben ist ne wache ne vorsicht hier ist das was wir brauchen hier ist auch nur ne wache siehst du sie ja die kommt oh hier kommen wir nicht weiter sie hat es gehört sie hat es gehört ich hab das ei ok aaa die kommen hier unten nicht raus ok sie kommen auch von oben sie kommen auch von oben mach die tür auf komm zu mir mach auf ich hab das ei leute geht nicht geht nicht lauf gehen wir wieder nach unten wir müssen jetzt wieder zum auto ah ich bin doch gar nicht da aaa oh gott second floor wir müssen nach unten wir müssen kurz die hp schnappen da drüben ich bin fast froh oder ich machen wir hier irgendwie da oben steht aber einer ja zuviel dazu ach clean auf wir haben alle münzen eingesammelt mach 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 schnell auf oh gott leute ah 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 durch die leiter ab die leiter flieht ihr narren flieht komm zu uns da und hier die leiter ist sicher welche tür habt ihr genutzt runter 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 weiter weiter hier ist doch wer im maul ich bin schon da hau ab mach aufhör hau ab so oben durch den dusch ist glaube ich ja ja bin ich auch für so das auto aaa ich hab das geld die trophäe wunderbar jaaa wieder ein level geschafft alle münzen gesammelt ich weiß überhaupt nicht was wir einsammeln mussten oder machen mussten den passport retten wir können noch äh wir machen erstmal die locksmith story ne komplett durch ja ja komplett durch du wirst doch nachher reigert oder ja ok äh cleaner der cleaner kann leute von hinten umhauen ja dann brauchen wir auf jeden fall so einen das wollte ich ja machen aber hat der keine taste dafür ich weiß nicht von hinten vielleicht anrennen ich versuch's dann nochmal gleich bei dem cleaner dann einfach hinter den stellen und dann ran drücken dann bleib ich ja auch wieder beim äh oh god jetzt hab ich vielleicht nen text diesmal mool has friend that can help dirty criminals escape hm mool's friend has both we may not be able to afford that kind of service doesn't matter bank across street bank has lots of money dirty criminals should act like dirty criminals rob the bank so you can pay a smuggler for transport ready immer daddy go ok der cleaner also den cleaner den könnte ich auch professionell sprech hm 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 wenn wir denn hier feinen ok ähm ich würd sagen ich nehme sind wir hier nicht schon? mach vielleicht vielleicht nur noch ne Rohrgranate übrig wie schmeiß ich die? ja auf den gleichen knopf ja hier werden aufm klo das hier für leute das sind passanten zivilisten oh hier ah dagegen laufen aber von hinten nur ich hab mich getarnt jetzt hier also leute da kommt noch einer ja bonjour monsieur was ist der problem ich bin hier einfach nur putzmann monsieur mache sauber gehe einfach nur hier rum mache meine arbeit ok wir müssen also Dalu vorgehen lassen damit er äh ja leute ja aber nur wenn sie mich nicht bemerken was ist das hier? hier sind klamotten ja ja könnt euch verkleiden ach ich bin wachmann jetzt oh jetzt kann ich aber hier durchgehen hallo hallo bon petit ich werde nicht ich bin schnell am computer doch ein bisschen kling 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 mach mal hier die wand auf ich bin trotzdem bewusstlos gemacht leute wenn schon denn schon ne? ja ich mache hier irgendwas fieses oh hier da unten ist ne wache unten ist ne wache unten ist ne wache ich bin doch polizist jetzt ich bin doch wachmann guten tag entschuldigung guten tag zack und hier kommt noch eine schönen guten tag der Herr ich glaube ich würde das gegen den Geruch machen Dalu das kann nicht gesund sein gegen den Geruch? ja hier sobald da die in die Nähe kommen fallen sie um lass mich vorgehen ich kenn die leute aber noch nicht guten tag Herr Wachmann ist das Geld? oh ja das ist Geld cash gerade hier oben ist money cash entscheiden der wachmann klaut alles er darf auf wir kommen zu dir hallo hallo leute du hast 3 Waffen Dalu du hast 3 Schuss 2 Schuss ok ich bin aufgeflogen leute ich bin aufgeflogen ok wir müssen das Geld einsammeln oh da war der Alarm ok hier oben hat da eine von der Munition wir müssen die eine Wachmann noch weg machen ja stopp bin er oder so oh er töntet mich oh das kann mir nicht zu mehr keine Wachmann ich mach hier oben kurz die Tür auf ich hol das Geld hier ich schieb die Leichen durch den Raum hat die Money eingedammelt hier ah das ist Männer hier geht's nach draußen leute zum Street Level bei Lila bist du ich kenn den lässt sich nicht loben es verwirrt wenn ich durch und durch glaube wer ist das wollen wir das mal machen hier schnell raus da oben geh raus da ich hab mir die falschen Farbe angeguckt ok Leute er hat ihn schon aktiviert aber ich hab keine Mumpe mehr ich hätte ihn holen müssen weil er nicht direkt vorlaufen wenn er irgendwo raus kommt ok er hat 2 Schuss gesnackt ok ich bin nur auf zum ah ok hier ist wie so ein Laser Ding hier drinnen da hinten ist es ich bin grad dabei hier so ein bisschen die aber hier müssen wir rein hier ich versuch das mal ok da unten ist jetzt grad eine Wache hallo entschuldigen sie bitte ich wollt hier gar nicht rein hören sie auf mich zu schlagen das tut weh Stromaus Merde er verfolgt mich so redet man mich hallo ok wir müssen da jetzt irgendwie rein ich hab 2 Wachen gesnackt ah ist ne Wache bei mir den snack ich auch den snack ich auch ne der war schon aggressiv ah oui c'est bon wieso ok da du denkst nein sie kommen alle hier her ja du musst zum save bin schon dran am save ich muss jetzt hier erstmal strullen Leute ihr könnt nicht einfach das das save doch auf ewig weil du ist alleine du musst wahrscheinlich oh mani es geht boni ok ordentlich abschütteln Leute Leute die haben ich hoch komm 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 dann schaffst du das an dem laufe ich vorbei nochmal komm 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 nimmst ihr alle hinter ja wohl dann schaff ich ja wo ist der ausgang wir müssen glaube ich noch weiter in den wir müssen in den gate rauben hier hinten hier ist noch ein save ich mach ihn nochmal auf hier ist noch echtes geld oh oh da kommt ein typ zu mir rudel mich hier einfach durch die durch die mauer warte hier oben ist noch ein save auf jeden fall die müssen wir noch mitnehmen da müssen wir noch einen anderen raum finden wir hier oben ist es ende hier oben ist ein save aber ich komm da nicht an dem typen vorbei ich hab auch noch ein save draußen ich nehm den kassenautomaten draußen auseinander ok der c-automat gecheckt hier ja denk sie ab da du mach doch oben den save dann oben ja hier oben da wo atm rum steht der pfeil drauf jetzt hat 3 erwachen warte oder nicht es ist zu ja jetzt ist zu ok den nein habe ich überraschen können drin aber wo ist der save der links wo er pfeil drauf zeigt oh nein dran da kommt einer ja bisschen um den tisch rein bisschen um den tisch rein tänzeln tänzeln wir können hier nach zum underground ja Mist er hat mich wieder erwischt ich brauch Hilfe hier hat keiner mehr nen Schuss? nee den noch ablenken mit ne rauchgranate geworfen das hat aber irgendwie nicht wirklich was gebracht er hat mich ich brauch Hilfe noch Hilfe ok bei dir sind zwei wachen im raum einer ist bewusstlos der eine lebt nur maro muss ihn ablenken und einer muss mich retten ich muss erstmal fliehen hier mein herz pumpt ja maro hat er abgelenkt marf kannst du in meine richtung rennen ja nach oben über die lobby ja aber da ist grad ist grad maro ich muss hier hinten rumlaufen so so aber da oben ist noch ne wache ein raum komplett ist leer wenn maro hier reinsteigen könnte schleich ich mich durch warte oh ne sie sehen mich glaub ich ja ich lenke sie weiter ab dann ist die tür eh zu ja marf komm komm ich bin gleich da bei dir das ging doch schon gut jetzt hier sehr schön oh das geräusch ist sehr großartig mach noch den safe auf der da ist mach den safe auf und dann sammeln wir alles Geld ein und dann los mach jetzt schon mal die tür auf sie kommen sie kommen sie kommen ich hab den safe gleich ich hab ihn jetzt alles einsammeln und dann abhauen oh god ich muss ja noch raus hier ich hab keine ap mehr ich will das letzte geld dann noch haben mach mir nen anderen ausschlupf hier mach ich schon oh da kann man dritte marf ich werd verprügelt amerikanische in dem mund alles erwischt ich brauch hilfe oben nochmal ok oh nein ich kann ich nicht das zu ich weiß die ist zu ich weiß ich muss die aufmachen du hast nen schuss maru aber das sind 3 kannst du sammeln ja maru muss das ding jetzt drehen löchern ne wand ah das löchner wand oh gott ah